Was ist mir noch nicht mal passiert, Aik? Äh, ja, nee. Brauchst du Hilfe? Nee, nee. Ey, ich hab grad nichts wirklich zu tun. Ich würd dir helfen. Ich weiß auch noch, wo das verbunden war. Unter der Mob-Farm. Du kannst mal den Ender-Melvin-Dick kriegen. Ich kümmer beide. Melvin ist tot. Ah, nee, ich hab noch ein bisschen alles. Hast du schweigt. Was hattest du mit an Sachen? Die hol ich mir dann gleich wieder. Das ist mein Inventar, war voll. Äh, Aik, warte. Wann war ich vor? Ich vertraue dir jetzt. Das Ding ist scheißen wertvoll. Okay, muss ich kurz das Holz weglegen, sonst bin ich überfüllt. Hat jemand Bohnenmeer von euch? Ich hab mehrere Stacks. Knochen. Ah, ich brauch Blöcke. Äh, Stein haben wir hier. Ach, CO2. Ich darf doch bestimmt ein bisschen Knochen von dir nehmen, oder? Äh, ja, hinten an der Mob-Farm die Kiste. Da kannst du rausnehmen. Kann ich sprinten. Mit standardmäßig N machst du Hammer-Mord aus, mein ich. Äh, ich muss ja nur nach unten sinken, erstes Mal. Mhm. Ich kann nicht sprinten. Dann hast du Hunger. Ich geh mal vom Sand weg. Ich hab Hunger. Dann ess was. Ich hab Hunger. Ess was. Ess, äh, ich ess, darf ich einen Keks nehmen von dir? Von mir? Äh, ja. Oh, Minecraft-Musik. Aber dann kann ich auch gleich mal... Damit mir das jetzt nochmal passiert, unter der Mob-Form natürlich Steine setzen. Oh, 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 oh. Wenn du jetzt mit Steinen arbeitest, würdest du dich da was anderes setzen? Nee, äh, äh, das ist ja jetzt erst mal um... Oh, ey. Ich hab'n goldenen Apfel da drin. Ja, wenn du, äh, den NPC namens Notch hast. Wie lang, wie lang hält ungefähr das Ding hier aus? Steht oben rechts, steht oben links, Prozentzahl. Okay. Ja, es ist noch nicht das gute Jet. Es ist noch keins der guten Jetpacks, die sind noch nicht für, äh, in der Luft stehen. Gemacht. Das ist doch zu weit. Nee, mir geht's um den Block hier. Ja. Mit dem nächsten Best... Kann man dieses... Hier hindroppen, bitte in die Richtung. Ich stank dir. Kann man diese Imperium Essenz überhaupt, äh, mit Bohnmiel wachsen lassen? Nein. Oh. Wenn du fächerst, äh, wenn du fächerst, also, es wächst gar nicht und es hat sogar noch eine Prozent Chance, dass es kleiner wird dadurch wieder. Haha, der ist so kleiner. Du hast halt wirklich mit Bohnmiel eine Chance, dass es sich wieder zurückentwickelt. Wow. Deswegen nimmt man auch eine Watering Can für solche Sachen. Ja, dann baue ich mir jetzt eine, Ike. Ist okay. Ja, mach doch. Weißt du, ich stürze hier in den Tod, weil ich so inkompetent bin, was abzubauen und, und, und... Du machst eine Wassertanne, alles klar. Ja. Ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt im Grund. Hilft mir. Es sind doch nicht meine Kinder dran schuld, dass ich solche Gedanken habe, sondern ihr. Obsidian. Oh, gut. Oh, nein. Du brauchst keinen Obsidian für eine Wartrain-Pan. Nein. Doch. Für die, die du anguckst, brauchst du auch einen Ersatz da. Ah, stimmt ja. Scheiße. Also, Tyrox, da gib einmal extra ein. Und dann hast du extra Utilities. Und dort machst du sofort ein. Auch Undersied oder Stein. Gut, okay, Stein habe ich. Goal. Nee, hast du nicht. Habe ich dich geklaut. Ey, Ike, ich mach dich. Ich mag dich auch noch. Ich mach dich, habe ich gesagt. Ach so, aber ich mag dich noch. Das kann sich ganz schnell ändern. Ich dich nicht. Warte mal, was? Du Arsch. Warum? Was habe ich dir getan? Bloß weil ich die Steine klaue? Was? Was? Ich sage, ihr macht mich kaputt, nicht meine Kinder. Du hast mir Steine geklaut? Nein. Warum? Eigentlich. Warum soll ich die Steine klauen, wenn ich über eine Kiste voll selber habe? Das weiß ich doch nicht. Was siehst du? Frag mal, Maven. Frag mal, Maven. Wenn der farm geht, heißt das wie bei Cassie Clown. Hä? Na, Maven, kennst du nicht Cassie ihre Farmmethode? Nee. Sie geht bei anderen an die Kisten, nimmt sich das Zeug raus und sagt, sie hat's gefarmt. Ernsthaft? Hey. Ab und zu mal, ja. Ist aber auch eine gute Art zu farmen. Ja. Ist auf jeden Fall in der Regel effektiver. Das ist halt Cassie so. Ist genauso wie Teamarbeit. Toll, ein anderer macht. Das ist halt Cassie, das ist so unsere kleine... Der Enderman ist gruselig. Eins, zwei, drei, vier. Äh, ja, das ist Cassie, das ist unsere kleine Teppichzwecke. Unser Zwerg aus dem Osten. Das stimmt, stimmt. Ja. Apropos Tyrox. Du musst deinen Eltern sagen, du darfst nicht den Urlaub fahren, wir müssen morgen Aion aufnehmen. Ja. Oder soll ich mit deinen Eltern reden? Nee. Okay, Tyrox hat dann kein Leben mehr, aber es ist mir egal. Hauptsache, er nimmt Aion mit mir auf. Also geht das mit einer Watering Can. Ja, so ging's zumindest früher in den Versionen. Das geht's auf jeden Fall an. Ansonsten nehmen die Inferium Watering Can. Ach nein. Die braucht auch nur Wassereszenz. Und Fertilized Essence. Äh, stimmt. Du könntest auch Fertilized Essence nehmen, die du manchmal aus vollgewachsenen Pflanzen rausbekommst. So, jetzt. Entweder ich sterbe oder ich sterbe. Ich bin nicht gestorben, läuft. Schön. Jo. Ich mach mich. Ey, im nächsten Projekt kommt ein Death-Counter dazu. Der Melvin ist bestimmt schon 20.000 Mal gestorben und verheimlicht das. Mhm. Ich hab dann, glaub ich, den höchsten Death-Counter. Vor allem nach meiner Mob-Farm-Aktion heute Mittag, als ich die gebaut hab. Ich hab heute Mittag 20 Todespunkte wegmachen müssen, als ich mir die Mob-Farm gebaut hab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, Leute, ich hab hier eins zu wenig gebaut. Oh, das geht. Hö. Hö. Ach nee, hier kommt dann das hin. Ah, okay. Hö. Oh, Junge. Junge. Juh. Ey, Bruder. Ähm. Hm? Melvin. Ja. Na? Was denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was ist denn jetzt wieder dein Problem, Tauers? 1, 2, 3, 4. Er hat einfach... Das. Was? 1, 2, 3, 4. Was? Ike hat's, glaub ich, gehört. Ja. 1, 2, 3, 4. Okay. Ein Soundboard? Nein. 1, 2, 3, 4. Ja. Ich hör das... Gar nichts. Ich hör das halt wirklich. Ich hör's auch, aber ich verstehe kein Wort. Naja, das ist es ja. Das bin ich. Ach, Melvin. Fühl dich doch nicht immer gemobbt von uns. Ach, Melvina. Was kann man sonst? Melvina. Du sollst... Seif und 4 Leute finden Mobbing in Ordnung. Melvin, du sollst dich halt einfach nicht gemobbt fühlen, aber mobben lassen. Gleich nicht beides. Oh, Alter, ey, Melvin. Du, ey, zum Glück weißt du, dass das so Spaß ist. Natürlich. Okay, für ihn ist es kein Spaß mehr. Jetzt machen wir weiter. Das ist halt echt eine Grenze überschritten. Ich kann mich auch... Ja, die Grenze überschritten. Ja. Ey. Aber Melvin, aber Melvin. Was? Rollt? Ey. Was, was ich mit Nein geholt habe? Scheiß. Melvin, komm mal her und fahr mal mit dem Fahrstuhl nach unten. Nee. Komm ich ja nicht mal zu dir. Tu mal den... Dann soll ich dich tepänen. Hi. Kommst du aber trotzdem nicht. Fahr mal mit dem Fahrstuhl nach unten und kümmer dich um den Zombie. Nein. Nein. Man steht... Man steht halt... Man steht halt ins Dead-In-Zombie drin. Wahnsinn. Der ist im Elevator gespawnt. Ich hab die Schnelle mit der hochgehauen Und dann war er oben Ich hab Pipi in die Augenhöfe Hast du eigentlich schon eine neue Folge angemacht? Die läuft schon seit 10 Minuten Achso Ich kann einfach nicht mehr Melvin ein mit dir Das macht einfach nur Spaß Spaß Oh äh meine Mobfam läuft über vor Lootbacks Weil dann würde ich jetzt das versuchen Was vorhin als ich's schonmal probiert hab Komplett kräglich gescheitert ist Oh ich hab zwei Wölkchen bekommen Melvin willst du noch eine haben? Ja warum nicht Verbrauchen auch gar keinen Klaps oder so ne? Ne verbrauchen sie ja auch nicht Oder? Ja Warte mal jetzt verbauen die Plätze oder nicht? Es geht Okay Kontra von wie groß die Insel ist Ähm ich sag mal so Ich hab jetzt Wolken Wie viele Wolken? Ja genau so Ja Wie viele Wolken hast du? Versuch Nummer 2 Warte ich muss erstmal die ganzen Lootbacks aus dem Omfarm holen Die läuft über Oh Bitte Klapp Das das und diese Ein Cheapweather Ernsthaft Wer kommt aufm Wie? Was? Wattlos? Kohle Äh Key7 Wenn du ernsthaft fragst Wie man an das und das kommt Hast du kein Stranet gespielt? Ne Was hast du dann gemacht? Warte mal was hast du eigentlich da gemacht? Außer Ginger gesoffen und besoffen durch die Gegend drin non Das ist Tyrocks Aufgabe Das war Tyrocks Was hast du dann gebaut? Normal RP Ja gut Ja Der war echt gut Heißt du wie ich lach' Oh das wars lachen Ach 만들 Also Tyrox, ich habe hier mehrere Stacks Knochen und falls du noch was brauchst, bedien dich. Ich friss mal Bacon. Je. Du isst totes Tier. Hast du was dagegen? Nö, ich esse es ja selber. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stacks und 48 Knochen. Und hier unten habe ich noch mal einen Stack drin. Okay. Lootbacks öffnen. Zum Ende der Folge. Äh, Void Crystal. Er ist tot. Ja. Junge, Blutslime und eine Iron Horse Armor. Ein Black Ratschwert. Das brauche ich nicht, das brauche ich. Und zwei Wolken. Kekse. Hühnchenfleisch. Rottenfleisch. Das brauche ich nicht. Ein Kekse. Was ist ein Schüsselt Fluid Bit Tank. Potzole. Was haben wir noch? Mini Carcone. Den ersten, das war es noch. Hier haben wir Purple Slime. Nochmal so ein Schongschilder Blutslime. Plot und eine Lillipad. Warum eine Lillipad? Knochen. Knochen. Was ist Quartz Enriched Iron? Das kenne ich. Ach, hier ist Rufinites Dorage drauf. Ja. Okay. Kein Wunder, warum ich von Dings nichts kriege. Da, meine dritte Obsidien Schaufel. Redstone Crystal. Äh, Staff of Travelling läuft. So, die letzten zwei. Ein Banner. Und der Rest hat ihn schon. Äh, hier. Dieser, dieser weg. Das ist gut, das ist gut. Und der Rest ist schlecht. Ich muss mal eben gucken, was dieses Alten kann, was ich ja noch von dem Boss-Belgut bekommen habe, weil ich kenne es nicht. Zwei sind, oh, jetzt brauche ich Blut. Ey, Maven. Nein. Wie viel Damage, sechs Attack-Damage macht er? Warte mal, ich muss mal kurz eine Kiste machen. Ich muss eine Kiste machen. Eine wunderschöne Kiste. Mach dir doch wieder so eine XXL-Kiste. Ne. Wer möchte einen halb kaputten Diamond Builders Want? Äh, ja, ich nicht. Erstmal. Mach ihn einfach in die vornere Chest. Äh, nicht in die vornere. So, jetzt. Ich kann ihn dir nur geben. Ich hier. Achso, ja, dann werfst du einen rein. Ich, ich gehe jetzt sterben. Warum? Äh. Blut. Was, Blut? Blut. Äh, ich hab Blutblöcke, willst du die haben? Lass mich doch, ich kann rausfliegen. Tyrox, ich habe von Tickers Construct Blutslime-Blöcke. Äh, weil da Dings, äh, ne Flüssigkeit dran sein muss. Äh, da mach, äh, hier unten immer ne. Ty, Tyrox, Tyrox, komm doch zu mir. Ich geb dir diese Art Blutslimes-Dinger, die ich hab. Die kannst du in die Schmelze hauern, da hast du Blut. Nein. Boah, dann leck mich doch. Danke. Hier, warte mal. Ich geb dir jetzt mal die Erlaubnis, dass du mich töten darfst. Toll, der darf das. Der darf das. Bursch. Tu es bitte. Nein, nein, bitte. Danke. Ach, fett. Oh, ähm, Melvin. Deine Schmelze funktioniert nicht mehr. Ich hab Steine. Ja, ja, ich weiß, weiß, weiß. Ich hab Steine für dich. Weißt du, warum? Ich hab auch die da. Ich hab Steine. Ich hab nämlich jetzt das Ding hier. Ich hab aber andere Steine. Welcher Steine? Ander Side. Und wie die alle heißen. Äh, wüsste ich doch nie. Ja, warum sollte ich die dann gebrauchen können? Weil du Melvin das denn? Wenn du den abbaust, wird der nicht gedroppt. Äh, ich weiß. Was kann ich denn dafür? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann hier rein. So, wann mal? Melanie. Willst du noch irgendwas den Zuschauern sagen, bevor ich die Folge beende? Ja. Irgendwas Ordentliches, was nicht aus deinem Arsch kommt? Bitte. Er braucht eine Freundin. Okay. An alle Zuschauer, schickt mir jetzt unter die Kommentare eure Liebesbotschaften an Melvin. Und Sarah, wenn du das Video siehst, es ist alles todernst. Wir sind raus. Wir sind zurück. Bis zum nächsten Mal.